So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Scorched Earth und ihr seht mich auch schon hier wieder im Norden. Viele von euch meinten, askall, du musst unbedingt im Norden bleiben. Genauso gesagt, 90% meinten das, denn der Norden ist die schwierigste Gegend und es wäre nur spannend, wenn du auch in der schwierigsten Gegend versuchst zu überleben. Ich dachte mir, okay, ich versuche mal mein Bestes, versuche nicht die ganze Zeit von Wölfen zerfleischt zu werden und hab mir jetzt sogar schon ziemlich geilen Spot rausgesucht. Denn als ich mal wieder vor einem Wolf geflohen bin, bin ich hier raufgesprungen und dachte mir, okay, ich kann fliehen, ich kann fliehen und der Wolf kam tatsächlich nicht hinterher, weil er eben nicht schlau genug war. Und das Coole an dieser kleinen Erhöhung ist, dass man von dieser Seite nicht raufkommt, von dieser Seite sowieso auch nicht, da man dann runterfallen müsste. Das passiert zwar manchmal, aber eher relativ selten und von der anderen Seite kommt man in der Regel auch nicht rauf. Das heißt, man ist eigentlich ziemlich gesichert, was Wölfe und Silbelzantik und vor allem auch Terrorbirds angeht. Na, aber bei anderen Spielern müsste man noch aufpassen, aber momentan sind ja noch nicht so viele Leute drauf. Ich glaube insgesamt jetzt drei. Wie gesagt, ich werde jede Folge ein paar neue Spieler hinzuholen. Das heißt, wenn du gerne mitspielen möchtest, dann kannst du dich auf jeden Fall hier quasi... Oh nein, Leute, die Schlange kommt natürlich überall hin. Dann kannst du auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich die aktivsten Spieler der Community hier rauf auf den Server hole. Das heißt, die, die sich besonders sehr in den Kommentaren engagieren, die das Video zu Ende gucken, die das Video positiv bewerten, zu den Favoriten hinzufügen und natürlich auch die, die es in den... Ja, habe ich glaube ich schon erwähnt, die es in den Kommentaren schreiben. Diese Leute werde ich auf jeden Fall am ehesten hier auf den Server einladen. Gut, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass dieser Spot eigentlich schon mal ziemlich gut ist für das erste Haus. Ich meine später, wenn man nachher ein Gehege haben möchte, sieht das schon anders aus. So müsste man vielleicht umziehen, aber ich denke, so für den ersten Spot ist es eigentlich schon ganz cool. So, jetzt müssen wir mal schauen. Fetch Foundation, das habe ich schon erforscht. Mit Holz sieht das noch anders aus. Genau, das müssen wir auch mal erforschen. Das vielleicht auch. Das sollten wir auch erforschen. Genau, das sollten wir alles mal erforschen. Das ist alles ziemlich wichtig, besonders das hier, Leute. Das ist am wichtigsten in der Wüste. Und wir haben ja zum Glück einen Fluss in der Nähe. Wenn wir den nicht hätten, dann ja. Dann wären wir Game Over gewesen. Okay, was haben wir noch so Schönes? Oh, Level Up wieder. Ja, das ist schon mal wunderbar. Was brauchen wir noch? Genau, vielleicht sollten wir dann auch mal zu den Holzwänden gehen. Wobei, brauchen wir die überhaupt, ist die Frage? Und ja, Leute, die brauchen wir tatsächlich. So, das können wir alles hier erforschen. Wäre natürlich viel besser, wenn wir in vornherein schon Holz hätten. Aber ich meine, für den Anfang sollte Fetch auch reichen. Würde ich jetzt mal so sagen. Wie das denn wirklich ist, das müssen wir dann herausfinden. Okay. Haben genug erforscht. Können wir mal hier auf. Genau, ich glaube, Movement Speed ist ganz gut. Ja. Wir müssen ja auch später vor den Wölfen wegrennen können. Das ist sehr wichtig, okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, was können wir so Schönes craften. Ein Hütchen. Sollten wir auf jeden Fall craften. Ähm, genau. Ich habe noch genug Weiber. Schuhe sollten wir auch auf jeden Fall craften. Was sollten wir noch craften? Das hier auch, ja, Heid habe ich auch noch genug. Und schon haben wir eine komplette Rüstung. Sieht zwar nicht so wunderbar aus, aber ich meine, macht schon was her, ne. Bist du das mit diesem wunderbaren Hut? Sehen wir schon aus wie ein richtiger Abend. Naja. Wir sehen aus wie so ein Bauer. Okay, Leute. Leute, das sieht zwar nicht so cool aus, aber ich meine, es ist effektiv. Und das, darum geht es hier gerade. Denn es wird hier langsam heiß, immer heißer. Und das ist Kleidung sehr wichtig. Auch wenn man sich jetzt denkt, okay, erst kalter. Wenn es heiß wird, dann sollte es das doch eher ausziehen oder nicht. Aber ne, Leute. Tatsächlich hilft Kleidung auch so ein bisschen die Wärme, ja, zu reflektieren. Gut. Jetzt wollen wir hier unser Fleisch nachher kochen. Das wir noch nicht haben. Der ist nämlich leider vergammelt. Ich hatte noch ein Steak. Ist aber leider nicht mehr bei uns. Ja, man sieht schon, ich habe schon zur Hälfte wieder Hunger. Aber was kann man denn hier das schönes Essen? Schlangenfleisch, Wollfleisch oder sogar Karnos. Aber wir müssen hier wirklich aufpassen. Gut. Und Fetch Foundations können wir auch schon einige craften. Zwei Stücken sollten auch erstmal reichen. Ich denke, eine sollte auch erstmal reichen. Müssen wir mal schauen, was wir alles so craften können. Guck, hier kann man theoretisch fünf craften. Davon sollten drei reichen. Denn wir brauchen ja danach nur noch quasi genau das hier. Ja. Und ne Tür. Okay. Warum wir das jetzt nicht mehr craften können, weiß ich nicht. Wir brauchen mehr Holz. Aber ist auch kein Problem. Das haben wir ja hier reingetan, glaube ich. Ja. Perfekt. Kein Problem, Leute. Wir können tatsächlich noch hier unseren Dorf Rain craften. Und schon ist das Problem gelöst. Jetzt ist nur die Frage, wo würde das Ganze jetzt aufstellen? Müssen wir mal schauen. Ein Zelt habe ich auch. Wurde mir aber gesagt, Askal, das solltest du nicht aufstellen, wenn kein Sandsturm ist. Weil sonst ist das einfach nur eine Verschwendung, weil es nicht so lange hält. Von daher werde ich das jetzt nicht aufstellen. Gut. Erste Foundation. Würde ich sagen, die sollte an einen sehr sicheren Ort hin. Möglichst nahe an die Wand. Selbst wenn irgendwas runterfliegt, soll das dann nicht auf uns rauffliegen. Man könnte es dann hier raufstellen. Ja. Sieht es sicher aus hier oben? Doch. Ja. Doch. Hier oben sieht es eigentlich ziemlich sicher aus. Hier oben fühle ich mich wohl. Hier bleiben wir stehen. Perfekt. Da können wir dann auch gleich mal unsere Wände hin tun. Ja. Perfekt, Leute. So soll das aussehen. Jetzt können wir theoretisch noch eine weitere Foundation craften, wenn wir genug Materialien haben. Zur Not müssen wir gleich wieder los. Ja. Doch. Ne, Leute. Passt sogar perfekt, ne? Wie die Faust aufs Auge, sage ich immer. Super. So soll das sein. Jetzt haben wir schon unser erstes Häuschen. Mitten in der Wüste. Es ist wirklich schwierig hier zu überleben, Leute. Gut. Wo tun wir dann unsere Tür rein? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wo sollen wir die Tür nachher am Ende rein tun? Ähm. Ich würde sagen, hier ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Wenn wir dann von hier so... Ne. Von hier ist es eigentlich blöd. Eigentlich sollte... Genau. Man sollte es am ehesten hier machen. Entweder... Ja. Da kommt auf jeden Fall eine Wand hin. Jetzt müssen wir überlegen, hier oder hier, Leute. Wo soll die Tür hin? Wir können es ja mal so ein bisschen, ja, umständlich machen und die Tür hier hinsetzen. Ne. Weil man automatisch immer so laufen möchte. Aber da muss man einmal hier rum. Das ist dann natürlich auch sicherer vor irgendwelchen Tieren. Glaube ich mal. Kann man die so ein bisschen austricksen. Hoffen wir zumindest. Gut. Jetzt wollen wir nochmal null hinsetzen. Und schon haben wir unser Häuschen fertig. Da kommt kein Viech so schnell rein. Na okay. Ein Dyerow muss da dreimal gegenbeißen und schon ist das Ganze kaputt. Aber das ist eine andere Geschichte, Leute. Erstmal, wir haben was. Das ist die Hauptsache. Falls jetzt ein Sandstorm kommt, sind wir gesichert. Eine Kiste sollten wir vielleicht auch nochmal aufstellen. Dafür brauche ich aber mehr Holz. Und wir haben mehr Glück. Und hier wachsen Bäume. Ne. Sogar hier auf unseren... Auf unserem Plateau, wie ich es nenne. Jo, Leute. Da kriegen wir erstmal ein bisschen Holz. So soll das sein. Hätten wir theoretisch auch gleich eine Holzbase bauen können. Aber ne, Leute. Wir wollen ja klein anfangen. Wobei... Ja, nach und nach können wir uns nachher verbessern. Guck mal, können wir hier noch ein paar Wände craften. Drei Stück. Guck mal, das reicht lange noch nicht. Da brauchen wir noch deutlich mehr. Und genau, eine Kiste wollte ich auch noch craften. Dafür brauche ich jetzt allerdings Fetch. Gut. Wo kriegen wir Fetch her? Wahrscheinlich von hier unten. Was ja momentan noch relativ sicher aussieht. Bis auf diese Boa, die mir ein bisschen Angst macht. Und ich habe auch schon vom Gewicht her... Sieht das nicht ganz so gut aus. Aber egal. Die Boa geht gerade weg. Oder auch nicht. Ja, hier muss man aufpassen. Ich kann hier theoretisch hoch... Ich kann mich auch hoch schlängeln. Aber die Schlange ist da doch noch ein bisschen gewandter als ich. Naja, suchen wir uns halt einen anderen Baum aus, Leute. Guck mal, hier kann theoretisch auch ein Direwolf hochjumpen. Aber in der Regel sind die eigentlich zu dumm, ne? Wir können das ja gleich mal ausprobieren. Wenn mich jetzt jemand angreifen möchte, der unten sieht so aus... Nee, der kommt dann hier hoch und ich renne weg. So sollte man mich dann theoretisch nicht kriegen. Hoffe ich. Es ist gefährlich, Leute. Aber das macht es spannend. So. Und ich habe Durst, Leute. Ich muss unbedingt jetzt... Jetzt muss ich wegrennen, Leute. Aber ich kann nicht rennen. Das ist verdammt gefährlich, was ich jetzt gerade mache, ne? Ich bin gerade im Norden überladen und hier in der Nähe sind Schlangen und Wölfe. Ich habe keine Möglichkeit zum Fliehen. Also von daher... Aber wir haben Glück heute, Leute. Noch ist kein Wolf da. Noch ist alles in Lot. Naja, wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Guck mal, hier kann man theoretisch nämlich einfach... Ne, hier kommt man nicht hoch, ohne zu jumpen. Dachte ich mir so, ne? Da müssen wir erstmal was ablegen. Hast ja auch kein Problem. Zelt schmeißt weg. Zack. Und schon können wir weitergehen. Mann, 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 Leute. Ich glaube, das Zelt, das hätte ich damals irgendwo hinschmeißen sollen. Einfach auch schnell. Das kann man ja jederzeit auch wieder mitnehmen. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Da lerne ich dann auch wieder dazu. Jetzt bin ich auch gleich wieder zu Hause. Das dauert eine Weile. Aber ich denke mal, das ist wirklich ein guter Spot. Hier sind wir relativ sicher, ne? Ich meine, hier unten sind, ja... Boas und Wölfe und Säbelzahntiger und was weiß ich nicht alles. Aber hier oben... ...ist noch gar nichts. Das kommt noch. Glaube ich. Naja. Wir hoffen mal das Beste, ne? Guck mal, die Schlange hat uns auch in Ruhe gelassen. Noch. Ich betone auf noch. Von daher können wir in Ruhe an unserem Häuschen bauen. Können wir noch ein bisschen höher bauen. Wobei, eigentlich ist es total unnötig, ne? Eigentlich ist das richtig unnötig, was ich jetzt hier machen möchte. Stattdessen sollten wir das Haus vielleicht eher erweitern. Dann müssen wir das hier kaputt machen. So, die Frage, ob wir hier eine Foundation hinstellen können. Ich denke nämlich nicht. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Noch eine Foundation. Ich meine, wir haben genug Materialien. So, wird gecraftet. Davon können wir auch genug craften. So, eine Kiste sollten wir uns auch craften übrigens. Das ist, glaube ich, am wichtigsten momentan. Jo, können wir hier auch hinstellen. Perfekt. So. Und hier noch mal die Wände hin. Zack. Zack. Und nochmal zack. Und schon haben wir schon eine kleine Wohnung, Leute. Ich meine, sieht ganz bequem aus. Da können wir eine Kiste reinstellen. Und unser Zelt können wir hier auch ausschlagen. Wunderbar. Gut, die Kiste tun wir jetzt einfach mal hier hin. Na, und unser Bett können wir dann gleich daneben stellen. Oder woanders hin. So, unsere schweren Sachen. Was haben wir denn so Schönes? Was schwer sein könnte. Ist eigentlich alles relativ leicht, was ich hier habe. Wobei, Sand. Sand ist echt schwer. Wofür man das braucht? Keine Ahnung. Für Clay anscheinend. Also für Lehm. Hm. Gut, einen Speer brauche ich. Das Zelt. Kann ich so auch ablagern. Und jetzt kann ich mich vollfarmen quasi. Guck mal, wie schnell ich auf einmal wieder bin, ne? Diesen Baum habe ich auch total vergessen. Müssen wir aufpassen, Leute. Dass jetzt hier nichts kommt. Immer vorher gucken. Dann runter gehen. Dann wieder hoch gehen. Das ist wirklich gefährlich, ja. Aber egal, Leute. So muss arg sein. Ja, sonst macht es ja gar keinen Spaß. Ne, übrigens, die drei Leute, die momentan hier auf dem Server spielen, sind auch übrigens alle im Süden. Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier im Norden lebt. Alle meinten zu mir, Askal, du bist verrückt. Wir gehen in den Süden. Das waren die Worte, die sie zu mir gesagt haben. Und ich dachte mir, okay, ihr habt vielleicht recht. Aber wenn man nicht verrückt ist, dann macht es auch keinen Spaß. Naja, man muss halt wissen, ne? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause gehen, unsere Base ein bisschen aufpeppen. Und hier sollten wir auch relativ sicher sein, ne? Wenn wir jetzt ein Bett haben. Was brauchen wir denn dafür nochmal alles? Genau. Ne, wir können ja noch gar keinen... Habe ich überhaupt das Bett schon erforscht? Ich habe ein Sleeping-Bett. Ich glaube aber, dass ich das normale Bett auch schon erforscht habe. Da ist es... Nein, ich brauche doch... Oh, ne Leute, das ist so nervt, wie man braucht dafür sehr viel Heid, sehr viel Fiber, sehr viel... Ne. Das ist zu kompliziert. Selbst dafür brauchen wir einen Heid, ne? Also okay. Erstmal ein paar Dächer. Das glaube ich erstmal ist das Wichtigste. Und dafür brauchen wir vor allem Fiber, welches wir auch hier finden können. Wer hätte es gedacht, Leute? Ein sehr, sehr nützlicher Platz. Ne, hier können wir wirklich eine coole Base schon mal aufbauen. Steine haben wir hier auch. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. So, können wir ein weiteres Dach schon mal craften. Wie viel brauchen wir denn? Eins, zwei, drei brauchen wir. Guck mal, also eins noch. Was brauchen wir noch bis auf Fiber? Wahrscheinlich Fetch. Okay. Das kriegen wir hier ja auch einfach raus. Indem wir ein bisschen... Genau, uns vorsichtig hier rausschleichen. Gucken, dass hier kein Direwolf kommt. Sieht noch alles sicher aus, ne? Aber die können sich halt hier hinter jeder Ecke verstecken. Auch die Schlangen, ne? Die könnten hier überall sein. Da muss man wirklich aufpassen. So, Fetch sollten wir jetzt auch erstmal genug haben. Und jetzt sollte ich schleunigst sehen, dass ich nach Hause komme. Bevor ich hier von irgendwelchen... Die Sauriern zerfleischt werde. Und Leute, ihr seht schon, dass... Ja. Also, was Schlimmes ist passiert. Ich dehydriere gerade. Aber ein Glück habe ich natürlich Bären. Die helfen mir ein bisschen weiter. Dadurch... Naja, was heißt ein bisschen? Also, mit ein bisschen meine ich auch wirklich ein ganz kleines bisschen. Ich muss jetzt wirklich langsam mal sehen, dass ich was zu trinken bekomme. Sonst bin ich tot. Und zwar schneller, als ich arg sagen kann. Gut, genau. Bären helfen nicht so viel, wie wir hier sehen können. Geht eigentlich. Zack. Hilft eigentlich fast gar nicht, ne? Wenn wir jetzt mal unsere Wasseranzeige angucken. 0,3. Ja, super. Die Bären sind ja genial, sage ich mal, ne? Aber ich meine besser als gar nichts. Wir können jetzt immerhin schon mal unser Dach planten. Und dann sollten wir uns mal auf die Suche begeben. So, Nummer 7 machen wir einmal hier. Dann nochmal einmal hier. Und für das Letzte... Müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Achso. Dafür hätte ich jetzt Fiber gebraucht. Naja. Gut, den müssen wir nämlich jetzt gleich füllen. Guck mal, und schon haben wir ein wunderschönes Häuschen, Leute. Wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr dieses wunderschöne Haus. Ich habe es ja schon gesagt, wunderschön. Aber eure Meinung ist mir natürlich auch sehr wichtig. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine, es ist natürlich kein Vergleich zu meiner alten Base. Aber ich meine, wir sind jetzt gerade in einem neuen Projekt. In einer Wüste. Und für die erste Base, ich glaube, ist das genug, ne? Aber wer das schlimm findet, dann sollte man in die Kommentare schreiben. Der wird hier gebannt. So. Okay, Leute. Wo ist der nächste Fluss, den man, ja, aus dem man Wasser trinken kann? Das sieht alles so ein bisschen gefährlich aus, Leute. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Das ist das Problem. Hier ist Wasser. Nur am Wasser sind natürlich auch die ganzen Viecher. Die wollen ja natürlich auch etwas trinken. Ne, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kippe um. Oder ich, ähm, kämpfe. Mich zum Wasser durch. Ich habe jetzt schließlich auch ein paar Bären. Die helfen mir auch ein bisschen. Ganz kleines bisschen, aber immerhin, ne? Nein, Leute. Säbelzahntiger. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Die Wasserstelle ist einfach von Direwülfen und Säbelzahntigern. Nein, Leute. Der hat es auf mich abgesehen, glaube ich. Ich sollte jetzt schleunigst wegrennen. Zwischendurch ein paar Bären einsammeln. Und hoffen, dass es nicht auf mich abgesehen hat. Ne, sieht alles safe aus, ne? Wow, Leute. Das ist gerade richtiger Nervenkitzel, ne? Werde ich es zur Wasserstelle schaffen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir doch lieber hier hin. Nein, Leute. Die sind... Da ist ein Skorpion. Nein. Mann, Leute. Okay, man muss... Okay, ich muss jetzt... Ich muss es schaffen jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich sterben. Ich habe nur diese eine Möglichkeit. Das ist jetzt schnell hier ins Wasser. Das ist gar kein Wasser. Hier war aber mal Wasser. Naja, ist ausgetrocknet. Vielleicht finden wir auch irgendwo so einen Käfer, ne? Oh, oh. Ihr seht schon, der schreit richtig rum gerade, der Ark-Charakter. Der Ark-Charakter. Der schreit gerade richtig rum, Leute. Das ist nicht gut. Den müssen wir jetzt ganz schnell füttern mit Bären. Das ist aber auch kein... Das ist nur eine Bekämpfung des Symptoms, nicht der Ursache. Mist. Das ist nicht so gut gerade. Egal, Leute. Wir brauchen Wasser. Wo finden wir Wasser, ist die Frage. Oder wo finden wir diese komischen Käfer? Wenn wir die finden würden, wären wir ja schon... Oh, oh. Oh, oh. Mist. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Und das, wo ich gerade durstig bin, ne? Jetzt muss ich noch rumrennen. Gar nicht gut. Ich werde umkippen. Egal, Leute. Da hinten ist Wasser. Ich meine, ich hätte ja auch zu der anderen Wasserstelle... Wow. Nein, was ist das? Oh, oh. Nein! Okay, Leute. Die Sonnen... Doch nicht so dumm, wie ich gedacht habe, diese Viecher. Ich werde sterben. Nein! Weg mit dir. Na. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir sind im Norden, ne? Hört ihr das gerade? Ich finde so aus unser Fleisch gerade. Wir sind im Norden. Das ist normal im Norden. Aber wenn ich jetzt gerade denke, es ist kalter. Das war schon echt eine schwache Leistung. Wir sind im Norden. Da ist das nicht anders. Ich werde wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt spawne, sofort sterben. So ist das nämlich im Norden. Okay. So, mal schauen. Ne, wir haben sogar Glück diesmal. Kakteen haben wir hier. Kann man daraus trinken? Ist die Frage, ne? Kann ich daraus trinken? Ich weiß es nicht, ne? Aber okay, wo bin ich denn jetzt gestorben? Da muss ich nämlich hin, wo ich gestorben bin. Und ich glaube, ich bin in diesem Delta gestorben. Ich muss, glaube ich, hier lang. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hätte mir die Koordinaten merken sollen. Egal. Wir machen uns mal auf den Weg. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ja, das ist die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Wir müssen dem Paracer folgen oder was auch immer das da ist. Ich hoffe, es ist kein Rex. Falls es hier überhaupt Rexe gibt. Ist ja so die Frage, ne? Ich glaube, Giganotus gibt es hier nicht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, Leute. Das werden wir aber vielleicht noch herausfinden. Gut, in diese Richtung muss ich. Ich muss an den Wölfen vorbei. Wie komme ich an den Wölfen vorbei? Ist so die Frage, ne? Leute, das ist der Norden. Der Norden der Wüste. Und echte Männer leben im Norden. Und sterben im Norden. Die ganze Zeit. Jeden Tag. Zehn Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Hallo Käfer. Dich hätten wir schon vorher finden wollen. Ich glaube, hier in der Nähe bin ich gestorben. Kann das sein? Ja, unter der Brücke. Wir sind... Ja, unter... Leute, ich bin wie ein Penner. Ich lebe unter der Brücke. Jetzt wisst ihr es einfach. Aber so ist es eigentlich, ne? Daran kann man sich das gut merken. Wir sind unter der Brücke. Hier müsste dann der Terrorbird irgendwo noch sein. Und unsere Leiche. Das ist jetzt wichtig, dass wir diese finden. Guck mal, da haben wir einen Känguru. Das ist zum Glück freundlich. Entgegen der anderen Geschöpfe hier. Gut. Jetzt wollen wir aber unsere Sachen wieder haben. Sonst haben wir ein großes Problem. Damit sollten wir regenerieren. Sonst haben wir auch ein Problem. Wenn nämlich gleich wieder so ein Terrorvogel kommt. So. Und ein paar Bären sollen wir uns natürlich auch sammeln. Damit wir nicht gleich wieder verdursten. Gut. Wo bin ich jetzt eigentlich gestorben? Bei diesem kleinen Kügelchen, ne? Und der... Nein, der Terrorbird ist da immer noch. Okay, ich muss jetzt hinrennen. Sachen einsammeln. Könnte klappen, ne? Kann ich mich anschleichen? Oder merken die das? Ich weiß gar nicht. Die merken das, glaube ich, leider. Arc ist noch nicht so weit, dass sie es programmiert haben, dass man sich anschleichen kann. Ich glaube, es funktioniert nicht. Das ist nur in Skyrim, dass es geht. Ich glaube, in Arc geht das leider noch nicht. Die bemerken einen so oder so. Guck mal. Ich kann mich noch so schön anschleichen gerade. Der wird mich bemerken. Egal, Leute. Ich schleiche mich trotzdem an. Ich versuche mein Glück. Äh. Okay, okay. 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 Ja? Und renn! Und renn, Leute. Und renn, und renn, und renn. Ich habe es geschafft. Ich bin nach Hause gekommen. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt brauchen wir nur noch einen... Ja, eine Wasserquelle, ne? Egal, Leute. Das ist eine lange Frage. Kurzer Sinn. Hier sind weniger Dinosaurier. Dachte ich mir. Aber im Endeffekt ändert sich nicht viel. Hier sind auch sehr viele gefährliche Kreaturen. Und da hinten wieder ein Säbelzahntiger. Ich sollte mich schleunigst von diesem Ort fernhalten. Was haben wir denn da? Eine... Ein Fledermausartiges Insekt. Auch sehr interessant. Sollten wir in der Zukunft näher erkunden. Vielleicht kann man die Viecher ja auch zähmen. Ich möchte ja so schnell wie möglich irgendwas zähmen hier. Am besten Direwolf. Dann hätte ich ausgesorgt. Dann wäre ich hier sicher. Guck mal, da sind sogar Piranhas drin. Im Wüstenwasser. Naja, wollen wir mal ein bisschen baden gehen. Ich habe auch ein bisschen... Ja, mir ist gerade ein bisschen warm. Guck mal, trinken und auffüllen. Perfekt, Leute. Perfekt. Wir sind gesichert. Was haben wir hier? Einen Fisch. Das ist doch kein Piranha, oder? Nee. Guck mal, können wir sogar noch ein bisschen Fisch essen. Perfekt eigentlich, ne? So muss das sein. Da haben wir richtig Glück gehabt. Ein paar Fische essen. Ich bin ein richtiger Angler, Leute. So, wenn du aufpasst, dass jetzt nicht gleich so ein Wolf kommt und es auffrisst, dann haben wir ein Problem. Aber nee. Hier ist eigentlich auch ein guter Spot. Wenn man direkt am Wasser ist, hat man es eigentlich ziemlich gut. Wir hätten vielleicht auch hier bauen sollen. Wenn man sich mal diese Gegend hier anguckt. Na, wobei ich bin mit unserer Gegend eigentlich ganz zufrieden. Da kommt man so nicht rauf. Guck mal, auch wieder nur ein normaler Fisch. Kein Piranha. Dafür ist es wahrscheinlich nicht tief genug, ja? Schwimmen wollen wir hier nicht. Einfach nur durchs Wasser warten. Ein bisschen die Gegend erkunden. Weil ich finde einfach, die Gegend ist hier das Spannende, ne? Guckt euch einfach mal diese epische Gegend an. Müssen wir jetzt nur aufpassen, dass jetzt nicht gleich ein Skorpion aus dem Gebüsch huscht. Wie wir dann, ja, den wir dann leider nicht sehen. Guck mal, hier oben hätte man auch was bauen können, ne? Aber ich meine, wir können ja jederzeit umziehen. Und wenn ihr irgendwie eine Idee habt, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Ich denke, hier wäre theoretisch auch eine recht gut geeignete Stelle. Sollten wir uns mal merken. Diese Stelle. Halten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich werde aber jetzt zurück zum Haus gehen. Denn wir, ach nee, ich brauche ja noch Hyde. Wie kriegen wir Hyde, Leute? Das ist hier im Norden sehr schwierig zu bekommen. Im Süden ist es ganz einfach. Man killt ein paar Jereboas. Und schon hat man Hyde. Hier muss man wirklich gegen die gefährlichen Kreaturen kämpfen. die sich Terrorbird, Kano, Wolf oder auch Säbeshantiger nennen. Ich glaube, sonst gibt es nichts, das uns irgendwie ein bisschen Hyde bringt. Fische gibt es ja nicht. Also Hyde, Fische gibt es leider nicht. Die geben leider nur Fischfleisch. Guck mal, da hinten hatten wir irgendeine Kreatur. Ich hoffe mal, das ist kein Wolf gewesen. Dann habe ich jetzt gerade... Ne, das ist ein Säbeshantiger. Wie komme ich jetzt nach Hause, ist die Frage, ne? Lebend, wohlgemerkt. Wahrscheinlich muss... Genau, ich werde einfach mich hier durchschlängeln. Nicht hier. Nicht dort. Ach nee, Leute, das werde ich schon schaffen, ne? Okay, ich muss wieder durchs Wasser, sonst werde ich sterben. Gut, ein paar Bären essen. Ja, wir brauchen unbedingt ein Bett. Das ist das Wichtige, weil wenn ich dann wieder sterbe, dann sterbe ich im Bett. Und dann respawne ich im Bett und dann ist alles gut. Oh, oh. Ich habe gerade einen Wolf gehört. Ich bin mir nicht sicher, woher es ist, Leute. Wir müssen auf... Nein, 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 nein. Nein. Ich wurde gesichtet von einem Säbeshantiger. Und ich renne, ich renne, ich renne. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Glück. Und er hat mich nicht mehr im Visier. Okay, Leute, ich war schnell genug. Konnte ihn abhängen. Ich meine, hier kommt auch kein Säbeshantiger hoch, hoffe ich. Aber egal, Leute. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem Weg nach Hause, ohne zu sterben. Man merkt schon, ich habe Erfahrung gewonnen, wie man den Dinosauriern hier ausweicht. Da hinten haben wir einen Wolf. Wir sollten aufpassen. Noch hat er uns nicht gesehen. Aber ich meine, so ähnlich ist es ja auch im Real Life. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Höhlenmensch, so wie früher. Ich meine, keiner von euch war mal ein Höhlenmensch, hoffe ich. Aber unsere Vorfahren, alles Höhlenmenschen gewesen, waren hier auf der Flucht vor Wölfen und was weiß ich nicht allem. Und irgendwann, naja, hatten sie dann halt Waffen, ne? Und warum laufe ich die ganze Zeit nackt herum? Eine gute Frage, Leute. Ich sollte schleunigst mal die Klamotten anziehen, sonst habe ich ein Problem. Ich will ja nicht sofort sterben, wenn mich irgendwas angreift. Gut, bin gleich wieder zu Hause. Hat eigentlich ganz gut geklappt, ne? Man merkt schon, wenn man ein bisschen aufpasst, geht das eigentlich. Und wenn wir dann spätestens, weil wir irgendwie eigene Dinosaurier haben, dann können wir uns auch vielleicht mal wehren. Ich weiß nicht, können wir schon so ein Viecher töten? Ich denke noch nicht. Bin mir allerdings nicht sicher. Oho, nehmen wir mal mit. Dich können wir nicht töten, gell? Ne. Weil das Ding bei diesen Viechern ist, einmal, sie sind nicht gerade schwach. Zweitens, wenn die sich einrollen, hat man keine Chance, sie zu zerstören. Das ist das Problem bei diesen Geschöpfen. Bei den Rollos, wie ich sie nenne. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Hey, was erfolgst du mich, mein Freund? Du lockst hier die ganzen Kreaturen auf uns. Nein, da war ein deuer Wolf. Okay, jetzt muss ich schleunigst rennen, Leute. Gut, dass ich Movement Speed, nein! Oh, oh. Ich möchte noch nicht sterben, ich bin zu jung, um zu sterben, nein! Nein! Okay, Leute. Ich habe eine Chance, ich habe eine kleine Chance. Ich habe eine kleine Chance, eine sehr kleine Chance. Sie wird immer kleiner. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, ich habe einen Knochenbruch, ich habe einen Knochenbruch, aber der Wolf ist, wir haben ihn vielleicht abgehängt. Wow, Leute, war das knapp. Wir haben den Wolf abgehängt, Leute. Okay. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Ich wäre fast gestorben. Wir haben noch 26 Leben. Ich wäre fast gestorben. Wir haben ganz knapp überlebt. Aber auch nur, weil ich die Klamotten angezogen habe und weil wir diese, ja, dieses geile Haus einfach haben, ne? Also, ich würde mal sagen, wenn das kein Daumen nach oben wert ist, weiß ich auch nicht, Leute. Das war richtig actionreich diesmal. Richtig spannend auf jeden Fall. Wow, Leute. Okay, so spannend hatten wir jetzt ein Island eigentlich fast nie. Jetzt muss ich erstmal mein Fischfleisch ein bisschen braten. Mach ich mal außerhalb des Hauses. Weiß auch nicht, warum. Gut, bevor das hier nämlich spoilt. Ich hoffe, das lockt jetzt, ne, das lockt Tiere nicht an. Tiere haben Angst vor Feuer, Leute. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen regenerieren. Ihr seht schon, der Norden ist nicht ohne. Aber egal, Leute. Der Norden ist nicht ohne. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen... Ja, Leute. Also, ihr merkt auf jeden Fall schon, der Norden ist nicht ohne. Aber wir werden uns hier so ein bisschen aufbauen. Wir werden uns ein bisschen abhärten. Und dann werden wir jetzt so die richtigen Survival-Profis werden. Weil ich meine, wer will schon in den Süden, wenn man auch im Norden leben kann? Der harte Norden. Jede Folge einmal sterben. Oder vielleicht werde ich es auch mal schaffen, ohne einmal zu sterben in der nächsten Folge. Wer weiß, Leute. Naja, ansonsten war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn auch diese Folge euch gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und gebt einen Daumen nach oben. Naja, das würde mich sehr freuen. Und würde mir auch sehr weiterhelfen. Und ansonsten ja, könnt ihr auch euren Freunden vom neuen Projekt erzählen. Wenn ihr sie es noch nicht kennen. Ja, und wenn ihr noch Ideen habt oder Wünsche, könnt ihr diese auch wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten macht es gut und dann bis zum nächsten Mal.